Hallo ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, Leute! Hey! Populismus, Leute! Populismus! Eins der Grüppchen, die hier oft und laut brüllen, sind Populisten! Deswegen möchte ich da heute mit euch drüber sprechen. Die größten Punkte versuche ich heute mal neutral zu klären. Herzlich Willkommen zu meinem Populismus-Crash-Kurs! Früher war die Naturquelle der Gefahren und Angst. Heute gibt es unter anderem moderne Ängste, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit, sozialer Abstieg, Atomkraft, Identitätsverlust, Globalisierung oder auch fremde Kulturen. Populisten, die wollen immer am lautesten sein. Die wollen Emotionen schüren und das kommt sowohl von links als auch von rechts. Und dafür brauche ich die Zustimmung der Leute. Danke! Wählt mich, wählt mich, bin der YouTube-Populist. Wählt mich, wählt mich oder lieber nicht. Man muss also immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn Leute einem besonders einfache Lösungen anbieten wollen. Schaut euch immer mehrere Meinungen zu einem Thema an, denn das hilft euch dabei, Informationen richtig einzuordnen. Wobei es auch falsch ist, jeden sofort einen Populisten zu nennen, der Kritik an einem etablierten System äußert. Aber mithilfe von Fakten können diese Vorurteile schnell entzaubert und besser eingeordnet werden. Nicht alle Sucher sind die wie ich oder wie jemand anderer oder so. Und ja, wir sind einfach Menschen und Menschen sind die unterschiedlich. Gibt es die kerminell und gibt es auch die guten Menschen wie ich zum Beispiel. Wenn ihr vor irgendwas richtig Angst habt, schaut einfach mal drauf, wie die Wirklichkeit eigentlich da aussieht. Und ob das, was irgendjemand euch erzählt, der euch vielleicht vor irgendwas Angst machen will, auch so wirklich wahr ist. Wir sind das Internet! Wir sind das Internet! Wir sind das Internet! Wir sind das Internet! Wir sind das Internet!